Oh Gott, hey, Lila, gehen wir kurz runter, ja, komm, versenkt das Ding, ja, ja, nein, 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 ähm, wo gehen wir hin? Ja, äh, wo gehen wir hin, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, ich will nicht Schule, ich will Schule, ja, wir gehen, nein, irgendwas anderes, ja, ich muss meinen Siegestanz noch machen, hier, den Siegestanz, den Siegestanz machen wir erst, wenn es was zu feiern gibt, Lila, ja, wir müssen hier jetzt gut spielen, ja, okay, Das wird schon, das wird schon Jetzt kann ich euch nicht meine neuen tollen Sachen zeigen Ich hab grad in der Kiste einen neuen Tanz bekommen, da startet das Spiel, das kann ich mir nicht mehr angucken Nicht so schlimm, heute hau ich mich mal aufs Fahrrad, ey, ich muss unbedingt ein bisschen Sport machen, dieses Rumgehocke da und dann nächste Woche wieder Schnee, das geht mir auf den Zeiger Wir waren heute schon joggen, hä hä Ja, ja, nee, also wir machen heute, wir reisen heute Kilometerrunde auf dem Rad, ich weiß nicht so, irgendwas jenseits der 80 ist geplant Jenseits der 80? Ja 80 Jahre, wundervoll Ja, wir haben den Rollator raus Vor uns, vor uns kommen welche Die Kirche gehört mir Links von uns sind zwei Drei, drei, drei Ich nehm das Haus, äh, türkiser Marker Hier in die Kirche Ja, danke, dass ich das Haus markiert hab für mich Ja, ja, das ist aber das einzige Haus, wo wir jetzt hin kommen Links von uns sind welche Links von uns kommen welche Ich bin auf der Kirche gelandet Shit, 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 schnell rein, schnell rein Gegner in dem Haus, äh, türkiser Marker, Gegner im Haus Oh, lila kommt auch, äh, gut, dann gehe ich runter Nee, ich gehe, ich gehe Geh hoch, Lea, geh hoch Oh, drei, Rucksack Direkt als erstes Ich brauche ne Knarre, sonst wird das nix Okay, das ist im Haus nebenan In welchem, markieren wir das Haus, ich hab ein C4 Ah, sehr gut Sehr gut Hör auf zu schießen, ich krieg's uns nen Herzinfahrt M24, M24 liegt hier, falls einer eine will Äh, hier liegt ne Mini Mini Aber du bist oben in der Kirche, ne, das bringt uns nix Ja, ich wollt's jetzt nur Bescheid sagen Ich schrei dir jemand Nö In der Nähe von der Kirche ist noch jemand gewesen, also aufpassen Oh, ne Dragunov In der Nähe von der Kirche ist noch einer Wunder, echt? Ja, dahinter Irgendwo Oh, ne Dreierweste Ich hab noch keine Scopes, kein Gang Können wir einer von euch vielleicht einen Rotpunkt mitbringen? Ein Red Dot Nein, ich hol nur die Mini hier ab Ich weiß nicht, spielt einer, äh, SMG Vector liegt hier Äh, ich hab früher Vector gespielt Wenn du die Bison findest Wenn ich was find? Bison Äh, liegt hier Hier liegt viel Aber ein bisschen, bisschen ruhig Ich, äh, vermute, dass wir hier, dass ich hier jemanden im Haus hab Äh, Lila Zu viel dazu Zu viel dazu Hab ich schon Ich geh zu Kommunikation ist key bei dem Spiel, Sörberg Jaja, aber nicht zu viel Äh Sonst höre ich die Gegner Ich weiß, dass einer bei mir in der Nähe ist, deswegen Ich sag, wenn jemand von euch AKM findet Oder irgendein großes Studio 24 zu mir Kennst du da Oh Ich bin, ich hinter dir Du bist es, okay Wo ist der Typ, von dem du redest? Der muss entweder hier irgendwo vor uns sein Ah, da ist AKM, äh, Lila Jaja, ich loot noch Für dieses Haus hier Hier ist ein Auto Jetzt bräuchte ich nur noch ein Visier Was? 4, 6 Hauptsache groß Ich hab ein 4er zur Verfügung Ich weiß nicht, ob ihr das losbringt Wir haben gerade 12 hier Wo? Da komm ich zu dir Hier liegt eine Mini Hier liegt Mini Mini, Mini Mini hab ich schon Wenn ihr wollt Wenn ihr wollt Ich brauch ein 6er Scope Ich brauch ein 6er Scope Sag nur das Durch Das Das hab ich befürchtet Wenn der braun Vier uns Kanzi Ich AKM 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 Hab ich schon Leute, äh Gewöhnt euch an Nur das durchzusagen Was ihr braucht Nicht das, was ihr findet Weil das ist Sonst Sonst hören wir alles mögliche Das bringt nichts Das Problem ist, dass wir hier noch jemand haben Irgendwo Ja Hat jemand irgendwas Wahrscheinlich aufgespult Weil hier ist so eine Uhrzeit Ne, das ist neu Das haben sie jetzt gepatcht Echt, damit auf den Häusern so Uhrzeiten sind Oder was Ja Gibt's Häuser, wo Uhrzeiten drauf sind Ja Ich hab immer noch kein Scope für meine Sniper Ich brauch nur Scope für die Für die M24 6er, 8er Du hast ein M24 Ich Ich kann dir meine M24 geben, wenn du willst Das ist kein Problem Ja, wir können tauschen Hier Es liegt eine Mini Wenn du willst Ja, okay Die hol ich mir Also hier Scheint alles zu zu sein Ich weiß nicht, wo der Typ hingeflogen ist Also pass auf Hier ist die M24 Ich komm rüber zu dir Und hol mir die Mini Ich komm zu euch jetzt Ich brauch einen Scope Hat irgendjemand einen Scope? Vierer wird mir schon rei Ich hab vierer vorher hingelegt Okay Hier, vierer Warte, ich nehm für dich mit Da ist die M24 Weißt du, wo bist du? Hier, hier steht Hier ist vierer auf dem Boden Irgendwas schießt Nein, das sind die Dings Die Granaten, okay Okay Von mir erst können die Spiele jetzt beginnen Ich brauch einen Dings Ich brauch einen Sechser Sechser oder einen Achter Vierer hab ich jetzt Das ist schon mal ein guter Start Aber ich brauch einen Sechser oder Nacht Hier liegt ein Vierer Hab schon Braucht jemand erweitertes Magazin? Für? Ja AR DMR Für die Mini könnte ich das gebrauchen Ja Wo ist es? Auf der Straße Nice Danke Auf der Lauer Auf der Lauer Sitzt mich Durch meine Hand Granate Ah da Ey, das wie ich hier allein sind Ist bemerkenswert Der andere Typ Der hockt wahrscheinlich im Klo Die ganze Zeit, oder? Der hockt irgendwo im Klo Mit der Schrotflin Kann ich mir echt so vorstellen So voll rumratten Vielleicht nochmal erweitertes Magazin Ambrus Ne, Ambrus ist schon Mini Hab schon Mini hab ich schon Könnten wir uns jetzt einigen Dass man durch die Fenster Nicht mehr springt Ja Jetzt habt ihr alles Hier liegt der weiter DMR SR Ich brauche einen Achter Ich brauche immer noch einen Achter oder einen Sex Kompensator Oh, wir müssen in die Zone jetzt langsam Ich würde gerne auf den Berg da hinten Bei der 4 Schaut mal Türkise Markierung Da würde ich gerne hin Und warte War ein Klo Muss ich noch Hier zum Auto Ich hab nur Hier liegt 3er Rucksack Hier liegt 3er Rucksack Wenn einer davon will Lass uns auf die Socken machen Ähm Der Kompensator liegt vor mir Auf der Straße Hier Kompi 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 Ich hole das grüne Auto Von da hinten Dann fahren wir mit 2 Wagen Das ist effizienter Wohin? Ähm Versuchen wir mal auf den Berg zu kommen Da hinten 4er Markierung 4 Ah, bist du in der Runde? Ich will mich im Flüsch Gib Gas Fahr einfach durch Ich komme gleich nach Famous last words Ich komme gleich nach Ist denn überhaupt das hier Vor dir Ja Sag euch die Kulung Ja Noch ein Flugzeug hat eine Krate runtergebrochen Aber die ignorieren wir, oder? Ja Ja Obwohl es nicht in der Nähe Wir hauen jetzt rein Wir gehen jetzt auf den Berg Vorsicht, diese Berge Die sind immer sehr beliebt Rough mountains Halt Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut Hier kannst du parken Passt Hier hast du uns eingeholt Oh, wie lang Ich bin einmal gegen den Scheiß Gegengefahren Ganz vorsichtig Es kann sein, dass hier schon jemand rumgammelt Ja, das ist korrekt Wir blaufe ich einmal über die Berge Wir sind halt ultra sichtbar Also denkt dran Denkt dran Markieren, aber nicht sofort draufrotzen Weil sonst werden wir hier Schnell aufs Korn genommen Uns interessieren nur Player Teams Da unten ist irgendwo was Türkischer Marker Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht Ich glaube in dem Pound Pound hier Ich bin am Ende des Berges Ich gucke mal runter Ob jemand versucht hier hochzukommen Da läuft einer Da läuft einer Gelb Sieht aber aus wie ein Bot Sieht aber aus wie ein Bot Die Farbe immer dazu sagen Gelb Der ist jetzt hier vorne Ja, ich sehe ihn Ne, das ist kein Bot Der läuft Der rennt Der hat keine Rennen die Bots ohne Waffe? Ne Das ist kein Bot Weil gelb ist Das ist kein Bot Beziehungsweise Türkis Naja, doch ist ein Bot 100%ig ist das ein Bot Nein, 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 nein Ja, der bleibt dann jetzt so stehen Der steht außerhalb der Zone Chillt da einfach nur Ja, okay, aber viele machen das so Die heilen sich so als halb der Zone Weil die Zone noch wenig Schaden macht Und dann haben sie sozusagen noch etwas Deckung Ähm, Lila Ja, vor uns müssen auch noch irgendwelches sein Da an der Brücke Da habe ich es gehört Keine Ahnung Türkiser Marker Oder hier bei dem Compound Du bist grün, du Ey, bei mir ist der Türkis Bei mir ist der Türkis Ah, du hast ja Schöpf Noch ein Gegner Na, da unten am Baum Der sitzt unten am Baum Grüner Marker Ist irgendwo dahinter Flugzeug Wir haben noch 30 Sekunden Oh shit, ja, wir müssen weiter Nein Aus Hast du den? Genau Ja Dann Komm, wir laufen weiter Nehmen wir die Autos oder laufen Laufen, oder? Ja Lass uns laufen Hühnchen Da vorne kommt die Crate runter Weiß nicht, mit dem Auto hinfahren Weiß nicht, ist ultra riskant Nein, ist da zu laut Gibt aber das Auto mit Falls wir irgendwie die nächste Sonne weit weg haben Aber wartet noch schön Wir laufen mit der Sonne Nicht zu schnell laufen Ne, wenn du das Auto mitnimmst Hört uns jeder Lass mal bleiben Ich will nicht, dass die Gegner wissen Dass wir ein Team sind Also ein Player sind Wir laufen lieber Machen wir Bob Die Kiste ist da hinten irgendwo Wir machen Bots Die liegt im Wasser Die liegt im Wasser Okay Ich bin Bob Die springen die ganze Zeit herum Guck mal da unten Ob es ein Auto irgendwo gibt Oder so Da steht ein Flugzeug Da steht ein Flugzeug Ja, das bringt nichts Den Compound machen wir jetzt noch Den looten wir jetzt noch schnell Äh, soll ich Auto mitnehmen? Nein, lass es Lass es lieber Hat der Riss gesagt Ist Die hören uns sonst Aber ich kann ja rollen Du musst das Ja, das stimmt Ja, okay Ich bin immer noch echt Auf der Suchung Nach meinem 8er scopen Boah, wir müssen rein Es hört wirklich Hüll dich sogar ein Ja, ich habe auf die Karte geguckt Was hast du genommen? Hier, grüner Wir schauen, dass wir zum grünen Marker kommen Ja, aber bitte ein bisschen zusammenbleiben Über die Ruinen Ich würde sagen Links rum Oder? Oder rechts rum Bei den Ruinen Auf jeden Fall nicht Auf jeden Fall nicht In die Ruinen rein Weil Da wird es unübersichtigt Also dann rechts rum Das sind ja nur Ruinen Ja, trotzdem Rechts rum An den Ruinen vorbei Und Bordjahrt Und nach rechts gucken Das sind ja Da ist ja ein Compound Das Guck gerade, ob ich jemanden sehe Aber scheint leer zu sein Da ist Ist es normal Dass da so ein Auto da ist Ja Ja, das ist nicht normal Das können wir ja mitnehmen Ach, das sind Spieler Nee Boah, da ist ein Turm Ein Erkerchen Mit einem Fenster Da sitzt bestimmt Rapunzel drin Ja, oder die Eingemauerte Prinzessin Das gibt es auch So ein Erkerchen Oh Gott Oh Gott Die haben damals Sachen gemacht Ey Oh Gott Wirklich Die haben eine Prinzessin In einen Turm Eingemauert Nur weil sie einen Mann Heiraten wollte Der kein Prinz war Tja Das Damals ging es anders Ab Sag ich dir Damals ging es anders ab Also schau Schützen Schüsse da vorne Irgendwo Also hinter Hinter Bordjahrt Und hier bleiben Hier haben wir viel Deckung Ich finde es gar nicht schlecht Ja Können wir echt machen Ja Sniper Ich höre Der ist irgendwo Türkischer Marker Höre ich Ey Grüner Marker Meinen Natürlich Wollen wir Ein Bootjahrt reinpuschen Hat jemand Dings Ich hab SR Charlie Ich hab Charlie Bei meiner Markierung Bleibt der Oder steht Ich seh ihn auch Ja Hier kommen welche Von links Wo Wo Türkis Türkise Markierung Orange hinter dem Stein Der heilt sich dahinter Dahinter Ey wir müssen pushen Ignoriert alles Pusht auf die Pusht auf Boatjahrt zu Jetzt Wir müssen an Boatjahrt vorbei Boatjahrt zum Profis Boatjahrt zum Profis Ja ja genau Außenrum 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 Kommt mir nach Bitte Nach rechts Oder links Einfach mir nach Einfach mir nach Boatjahrt zum Profis Ich höre hoffenweise Charlie Er ist jetzt Ruhe So wie ich es dann Markiert habe Am Dings Scheiße 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 Ich meine natürlich Nicht so gut Nicht so gut Nicht so gut Nicht schießen Nicht schießen Die haben uns noch nicht gesehen Die schießen auf irgendeinem Botteam Wenn die uns jetzt hier sehen Dann sind wir geliefert Jetzt sind wir safe Ja ja Great Die kommen wahrscheinlich auch zur Crate Halt euch hoch Nicht looten Nicht looten Halt euch hoch Und wenn die zur Crate pushen Dann versuchen wir es zu kriegen Adrenalin Rote Rauch Auto Auto Ja die fahren wahrscheinlich zur Crate Also wie gesagt Die versuchen die Crate zu looten Wenn die das machen Dann schrotten wir drauf Okay Ja die sind bei der Crate Die sind schon bei der Crate Also los geht's Von links kommt was Wir haben ein zweites Auto Ja da vorne kommen wir Ich muss kurz eilen Zweites Auto kommt Einer knock Einer knock Einer knock Weiter knock Weiter knock Weiter knock Weiter knock Weiter knock Vorsicht 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 Links von uns Die sind zu dritt Die sind zu dritt Zone macht die jetzt platt Vorsicht Vor uns sind auch noch welche Hier Türkiser Marker Ich sehe ihn ja Ich muss heilen Ich muss heilen Schnell Schnell Der rennt in die Zone Renn in die Zone Happen Happen Ich schaff's nicht mehr Lauf in die Zone Ich komm rein Ich komm nach Irgendwo ist noch einer Irgendwo ist noch einer Vor dir Einer hat auf mich gerade gesniped Hier liegt noch irgendwo ein Sniper irgendwo Räder nicht Nimm mein Chip Komm zurück Gibt's dir noch irgendeine Blutchipstanzmeter? Nein, nein, das musst du durchspielen Also komm mit Komm mit Komm mit Komm Und jetzt bitte Die sind im Haus hier Die sind hier in dem Haus Ich hab ein C4 dran gepflanzt Ja, guck mal nach rechts, Leila Vor uns Ja 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 Hinter uns ist, glaube ich, keine mehr Bei grün, bei grün, bei grün, bei grün, Leila Bei grün Bei der grüne Markierung Weiter rechts Bei einer Rechts Ja, genau Das sind zwei Einer weg Beide weg Beide weg Okay, noch einer Einer noch Einer noch Wahrscheinlich einer von dem Hochpushen jetzt Hochpushen, hochpushen, hochpushen Hochpushen, alles nachladen Dann lieber an den Zaun Nicht ins Haus rein Wenn ihr einen seht, draufrotzen mit allem, was ihr habt Keine schlauen Spieler Einfach draufrotzen, okay Einfach drauf Passt Der letzte kann auch irgendwo da drüben sein Der muss zu uns jetzt Der muss zu uns jetzt Wir sind halt Alle auf einem Fleck Wenn er liegt eine Leiche Wenn den Gili hat, kann der uns jetzt Der muss zu uns kommen Der ist irgendwo in den Häusern mit Sicherheit Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Bin weg, bin weg Bin nokt, bin nokt Leila, Leila, Leila War ich da? Ich hab ihn gesehen Er ist an meinem Marker Er ist an meinem Marker Er muss zu uns Er muss zu uns pushen Leila, Leila Nehmen wir uns direkt Lootdrop? Mach ich Hol ich Pass auf nicht, dass er dich Er kann auch hinter den Häusern jetzt zu uns kommen Ist er jetzt irgendwo? Ja, ja, ich weiß Wir könnten auch zu resten hinter den Hügel gehen Smoke Irgendwo hinter den Häusern Smoke, Smoke, Smoke Ist hier irgendwo Er kommt hier Rechts von mir Grüner Marker Blendgranate Ich seh ihn, er ist in dem Haus Er ist in dem Haus Grüner Marker direkt vor mir Ich höre Langsam, langsam, langsam Er ist direkt vor mir Habt ihr Granaten? Ja Ich hab meine Granate Ach shit, ich hab das C4 schon weg Ja Ja War das ein Bot? Ne War das ein Bot? Nein, nein, das war kein Bot Ey, aber das Video musst du euch angucken Den habe ich richtig zu sagen Geh mal vom Platz weg Ich muss euch zeigen, wie das geht Warte kurz Ich hab ein Loch in die Tür reingeschossen Da durch die Du willst ihn heilen? Leila, Leila, das ist so Ihr seid so gut Das ist schon bei meiner Leiche Mein Sohn, Leila Oh mein Gott War das krass Lass doch diesen Hühnchentanz machen Das war nice Leute, das Video müsst ihr euch angucken Der letzte Move Der war richtig gut Ok Dann Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.